Ja, herzlich willkommen zur geplikten Lego-Unterhaltung. In den Helms-Klammen-Teilen wird ihr den Aufbau sehen. Und jetzt gibt es natürlich ein Add-on. Ein Add-on, genau. Ja. Uruk-Hai-Armee heißt es. Ich nenne es mal Vorposten. Es ist auch ein Vorposten. Und das kann man dann hier schön dran machen. Das werden wir dann auch zum Schluss zeigen. Und Thorsten wird mir dann auch wieder tatkräftig helfen. Genau. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Hallo. Thorsten ist jetzt vor der Kamera. Schönen guten Abend. So, jetzt packen wir mal das Schöne aus. Wie viele Tüchchen gibt es? Zwei. Das ist ja mini. Ja, 257 Teile. Ja, dann lohnt es sich. Es dranbleiben ja direkt. Ja. So, und wie ihr das schon kennt von uns, wir zoomen euch mal wieder schön ran. Genau. So, und Fütter Nummer eins. Da wird das Katapult gebaut. Das können wir ja immer mal. Oh, wow. Es gibt ein Männchen. Es gibt aber zwei. Es gibt nur drei Männchen. Ich merke das auch dran. Apropos Männchen. Wir haben letztes Mal ein kleines Heftchen nur. Ja, nur ein Heftchen. Und ganz klein. Und das dreimal dieselben? Dreimal dieselben. Nur, dass die anders aussehen. Und wir gucken, doch, die haben alle denselben Bauch zumindest schon mal. Alle droben Kopf. Nur einer hat... Ah, guck, hier ist die andere Rüstung, die da gefehlt hatte. Den haben die gefehlt? Ja, ja. Wenn der Helm hat, der fehlt, der Rest auch. Klar. Sag ich jetzt mal ganz grob. Vielleicht finden wir jetzt einen Stein auch noch. Ist dadurch passiert, weil das ja halt schon mal aufgebaut war. Ja. Fürs Letztbild noch mal ein einziges Teil der Technik. So viel Mühe macht er sich, denke ich. So, das Sperrbekommen... Ach doch, das ist ja eine große Sperrachse. Für so ein schönes Projekt habe ich das gerne gemacht. Dicke, dicke Mung. So, der bekommt nur ein Kochschwert, ja? Ja, die greifen an. So, ein Sandwich schneiden. Genau. Mit Shield. Mit Shield. Du kannst aber ruhig schon umblättern. Okay. Mir fehlt allerdings noch ein Handy, falls du den noch sichtest. Ein Handy ist ja nicht. Doch, hier ist eine Frisur. Eine Frisur, weil da gibt auch nur eine Frisur. Deswegen. Dann kommt die bestimmt da drauf, weil wir haben zweimal dieselbe und einmal eine andere. Dann muss ich das nochmal tauschen. Wie tauschen? Tauschen. Der hier kommt dann bestimmt. Die Haare. Nee, nee, der andere. Der mit dem Schwert. Ja, wirklich. Wirklich. Aber die sehen doch beide Leier an. Ja, aber der mit dem Schwert hat die Frisur. Die sind doch beide Schwert. Und los. Na gut, von mir aus. Wenn Tobias das sagt, er will es besser wissen, okay. Ja, das ist der, der zum Angriff dann auch läst, der mit der Frisur. Na, ich lege euch mal einen da. Sozusagen der Führer von denen. Aha. Der Hauptfeldwebel. Der Leader. Genau. Oh, jetzt haben wir hier noch schön was. Enterhaken. Enterhaken. Wo sieht aus, wie ein Enterhaken. Ein Zelda-Enterhaken. Ja, da sieht man, dass du das so viel spielst. Gar nicht wahr. Gehen. Obwohl, ich habe ja auch angefangen, wieder Ages zu spielen. Also ich habe es mir angeguckt. Seasons hatte ich. Seasons fange ich an. Seasons habe ich mir durch angeguckt. Ages habe ich angefangen, aber im Grunde, ich komme darauf nicht klar. Muss ja nicht. Es ist. Ich spiele es lieber selber. Ja, ich habe es ja immer nicht. Und so 10 Videos oder so von 40, 50. Und das sind ja immer so 100% Geschichten. Und dann springen die in der Zeit hin und her. Und bla bla bla. Und dann hast du dieses Passwort-System hier auch noch. Richtig. Du kannst mit Reifen bauen. Ich kann Reifen bauen. Mit Reifen bauen. Oh, da ist noch so viel dran. Da. Ja, no. Nimm mich schon nach. Genau. Es gibt natürlich auch andere Autoreifen, Marken. Gut hier. Genau. Bad hier. Very bad hier. Ja. Nein, jetzt kann die. Ja. Stimmt. Hm. Hm. Kommst mit deinem Navi jetzt zurecht? Ja. Fällt mir mal dazu ein, wo wir gerade beim Thema Auto sind. Weil neulich hattest du ja doch die ein oder anderen Eingabeprobleme hier noch. Das stimmt. Aber da hattest du ja auch erst zweiter noch auf die Tür zu machen. Dann nutzt der ganze Angriff nix. Du nutzt die ganze Burg nix, ja genau. Du hast die dicke fette Burg, lässt die Tür rum. Ja, dann muss es ja den Gegner nicht immer schwer machen. Nein, das kann ja auch ne Falle sein. Genau. For me, da vorne. Ist dieses eine Tütchen nur für das Katapult? Ja, und für die Männchen. Krass. Ja, das ist dann so. Nur fürs Zubehör. Braune Pumpe. Ja, Thorsten kann mir da nicht helfen. Oh, ich bin für die Unterhaltung da. Genau. Einer muss ja auch was Schlaues vorm Stapeln lassen. Muss es auch sein, das stimmt. Wobei ich über Herderringe ja nicht so fachsimpeln kann. Ja, ne, das nicht. Oh, zack. Aber ist ja nicht schlimm. Nein. Juhu. Ich kann was bauen. Juhu. Jetzt kannst du fachsimpeln. Ja. Dieses Katapult kommt übrigens nicht im Film vor. Ah. Nee. Wieso bauen wir das dann? Ja. Gute Frage. Es ist ja wohl ein Add-on. Es kommt nicht bei Helms Klamp vor. Sagen wir mal so. Bei Minas Tirith haben die so einen Katapult. Aber das sieht dann nicht so aus wie das hier. Aber ich denke mal, die haben was dabei getan, damit man halt dann auch den Vorposten angreifen kann. Können wir damit die Brumpe vor die Tür legen? Ja, aber die wird ja getragen. Ach so, die tragen sie wirklich? Mhm. Die wird von Orks dahin geschleppt. Starke Orks. Ja. Und nicht nur eine, sondern so zwei, drei liegen da schon. Ach so. Jaja. Die haben nur eine symbolisch bei Helms Klamp beigelegt. Ja gut. Bei der Größe reicht einer auch. Richtig. So, jetzt muss ich das korrigieren, weil ich das doof falsch gemacht habe. So, ist besser. So, ich hab schon mal die Flügel. Du, 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 du. Piu. Du, 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 du. Piu. Du, 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 du. Wir kommen bestimmt hier gerade, gell. Du, du. Das ist die Munition hier. Ah. Ah. Okay. Das ist doch, das ist doch. Das hier. Mit diesen Flachen. Ah, ich hab das doch wieder. Momentchen, jetzt hab ich ganz, jetzt hab ich mich ganz verfranst. Was, der. Das kommt doch andersrum her. Wenn, dann will ich's auch richtig machen. Wenn, dann richtig. Ja. Ist ja nicht so, als wenn wir das Video künstlich in die Länge ziehen wollen. Wird's auch schon kurz. Ah, solche Flüchtigkeitsfehler, mein Gott. Ja, weil ich's zwischendurch gedreht hab und dann kam ich durcheinander. So, das kommt hier drauf, ja. Genau. Hab ich schon mal ein bisschen vorbereitet. Danke, danke. Was wird das? Ein riesiger Armbrust? Ja, da wird ja noch so ein Schiebelmechanismus, damit du halt die abfallen kannst. Da ist er. Boah, krass. Ja. Ich kann jetzt schon mal die Säbel da drum machen. Ja. Ach, dafür die Haken. Dafür die Haken. Ja, dafür die Haken. Damit das auch gefährlich aussieht, ne? Ja. Nur so aussieht, muss ja nicht noch gefährlich sein. Okay. Okay, dann haben wir das auch. Ja, ja, die, die kommen ja noch. Warte, wie war das? Ja, die kannst du hier. Ah. Das kommt da rein und die... Warte, 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 warte. Ja. Die sind nicht richtig zusammengebaut. Ja, echt mal. Hast du ja die Hälfte liegen gelassen. Ja, ja. Doch, wie Enterhaken. Wie Enterhaken, ja. Die kommen dann noch hier rein. Die kommen dann noch reingesteckt, genau. Und das kommt dann mal drauf. Ähm. Weißt du mal, eine ganz schön enge Kiste, ja? Das schon. Und wenn man da hier drauf drückt, dann flutschen die ab, oder? Ja, ich demonstriere das mal. Ja, klar. Ich hebe schon wieder auf. So. Und... Cool. Aber man muss das schon... Das geht schon. Man muss schon eine gewisse Gewalt hinterstecken. Also nicht für Milchbobis, ja. Cool. Immerhin. Ja, die können auch weiter fliegen. Ja, wir machen es ja nur zu Demonstrationszwecken. Wir wollen ja niemanden ins Auge schießen. Genau. So. Das war schon wieder nur meins. Deswegen sagt das Männchen ja auch, nein. Cool. Genau. Ja, dann sehen wir uns bei der zweiten Tüte wieder. Und letzten. Ja. Gibt es dann dafür noch ein Add-on, oder ist Helmsklamm dann komplett? Nee, dann ist Helmsklamm komplett. Cool. Dann machen wir es komplett. Bis denn. Ja. 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 Ja.